Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu ersetzen? Bitte gerne. Jetzt beruhige dich doch. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des Volkes! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Hörer-Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Mit Ihrem eigenen Blut werden Sie bezahlen! Sie werden es saufen in Ihrem eigenen Blut!